Und ja, wir werden jetzt einfach mal nur ein paar Runden spielen. Ich werde noch ein bisschen was dazu sagen, was noch kommt. Und ja, dann fangen wir mal an, ne? Ja, ich nehme übrigens das auch gerade wieder auf, ne? Ja, dann gehen wir mal in die Runde. Alter, meine Nase ist so verstopft, ey. Und das ist noch kurz vor Weihnachten, ey. Das ist so scheiße. Heute ist ja Weihnachten hier, Mensch. Ja, ja. Das sind auch schöne Geschenke. Du bekommst den PS4, ne? Du? Ja. Ich bin jetzt schon tot, Digga. Manchmal frage ich mich, wie ich eigentlich die 5000 Trophäle erreichen konnte. Höhle, 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 Höhle. Ja, das war jetzt ein bisschen Kacke. Egal, dann machen wir mal die nächste Runde. Ja, das war ein bisschen unangenehm. Testspiele, kennt es ja. Ja, 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 die erste Runde ist mal das Spiel. Okay, Leute, was ich jetzt noch dazu sagen wollte. Mein erstes Video ist anscheinend bei manchen ein bisschen gut angekommen. Das hat zwar jetzt noch nicht gerade die meisten Likes, ne? Aber für mich, für Anfang, ist das ja noch so ein bisschen okay. Ich bekam auch ein paar schöne Kommentare, wo ich halt auch gelesen hab, so wie, dass manche sehr gespannt sind, was halt noch kommen wird, dass sie mir folgen, dass halt mein Mikrofon eigentlich auch sehr nice ist, was ich sehr schön fand. Und, ja, jetzt hab ich nämlich noch eine kleine Frage an euch. Ich hab nämlich noch eine PS4 hier. Und da spiel ich halt auch sowas wie Rocket League und, äh, GTA, ähm, Fortnite, Microsoft. Ihr könnt gerne davon entscheiden, was ich vielleicht nochmal als Content rausbringen kann. Ob ich vielleicht sogar alles, ähm, also, ob vielleicht alles als Content mal rauskommen kann oder vielleicht nur Rocket League oder vielleicht nur mal Microsoft. Das ist dann euch, ähm, halt auch eure Entscheidung, ne? Und wenn ich das kann, blende ich jetzt nämlich hier ist nochmal ein paar Kommentare von euch ein, die ihr mir nämlich geschickt habt. Und, ähm, ja, eigentlich kann ich auch nichts mehr dazu sagen, außer halt einfach Danke zu sagen dafür, dass ihr mich jetzt auch dafür so unterstützen wollt. Ähm, ich find das einfach sehr krass. Ich baue jetzt eine ganz kleine Community erstmal auf, aber jeder fängt mal klein an. Ihr kennt ja vielleicht auch, manche von euch kennen auch Wannabe. Viele haben klein angefangen und sie werden immer größer. Und das werde ich halt auch jetzt probieren. Jetzt zwar werde ich jetzt es vielleicht noch nicht so gut schaffen. Ich hab ja noch kein so gutes Setup und so. Aber ich werd wirklich versuchen, doch schon richtig, ähm, ein paar Videos aufzunehmen. Und euch mit dabei zu haben. In den manchen Videos, ne? Ähm, ihr könnt auch gerne mal dazu sagen, was ihr von diesem Spiel auch hält. Ne? Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Genauso wie das, ähm, wie das, äh, hier. Äh, ich kann, ich kann kein Deutschmedia. Ich bin so aufgeregt, äh, mit diesen ganzen Videos hier. Obwohl ich das gar nicht so in die Gang. Ähm, ihr könnt euch gerne mal in die Kommentare schreiben, wegen dem, ähm, Content, was ich halt machen soll. Und wie ihr dieses Spiel allgemein findet. Ich werd euch auch nach der Runde nochmal meine Spiel-ID zeigen, dass vielleicht dort dann nochmal manche mit mir spielen können. Und wir sind hier grad richtig am Arsch. Ja, ich bin dort. Ja, ähm, und ich, ich meine, ich hab ja zum Beispiel auch angefangen mit YouTube, also Shorts. Ich glaube, 8. Mai war's, ne? Ich weiß es nicht. Dieses Jahr noch. Oh, ich hab verlassen, egal. Alles gut. Äh, ja. Also, ich meine, ich hab mit einem Abonnenten angefangen. Äh, mit keinem Kommentar. Sechs Likes und so. Das hat mir halt Spaß gemacht und hab dann halt immer weitergemacht. Und ich meine, jetzt hab ich schon 318 Abonnenten und so. Für euch klingt das jetzt wahrscheinlich wenig, aber aus mir wird's wahrscheinlich mal ein großer YouTuber. Wenn man so vorausgeht, dann kann's eigentlich auch schon wahr werden. Ich meine, ich hab keinen Bock auf Schule, Mann. Also, ich hab auch noch einen TikTok-Kanal, weil ich glaube, ich hab auch schon im ersten Video erwähnt habe. Ähm, wenn nicht, schaut gerne mal im ersten Video vorbei. Dann hab ich mir aber noch meinen TikTok-Namen und so gesagt. Dann könnt ihr auch gerne mal dann vorbeischauen, wenn ihr wollt. Und, ähm, ja komm, ich spiel jetzt erstmal eine Runde mit mir. Ne? Und auf geht's. Ja. Ihr könnt mich auch gerne abonnieren, wenn ihr mal Bock drauf habt. Genau, abonniert auch meinen, äh, kleinen, ähm, ja, meinen kleinen Cousin. Naja. Der hat ja wie gesagt auch mit YouTube angefangen. Wie gesagt 321, 318 oder so Abonnenten hat er ja jetzt, also schon viel besser als ich. Also, aus ihm kann bestimmt mal was werden, wenn er jetzt weiter so macht, sich dann ein gutes Setup und so sucht. Und dann genauso groß wird wie Wallaby oder so. Und dann kann aus ihm dann mal schönes werden. Ist ja halt wirklich mein Traumjob, ne? YouTuber. Echt? Okay, das ist krass. Also, eigentlich, eigentlich so als Nebenjob. Also, ich mach richtige Arbeit und halt am Wochenende manchmal so. Ihr könnt doch nochmal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr eigentlich auch diese Season findet. Also, ich find sie zum einen Teil, find ich sie schon cool, aber zum anderen Teil nicht, weil die Boxen halt fehlen. Aber, ähm. Man kann halt auch keine Box-Openings mehr machen, das ist echt kacke. Ja, natürlich für die ganzen YouTuber, die das halt immer so gemacht haben, das ist halt jetzt so ein bisschen kacke. Aber, man kann auch das Positive sehen, man hat jetzt einen neuen Brawler, einen neuen Legendärin. Guck mal, der ist ja sogar schon der Affe. Mit seinen 5 Ultis. Äh, habt nochmal krass. Äh, ich hab den ja auch schon fast. Wie viele da, glaube ich, nur noch 400 oder so. Und ich lauf gerade straight zu einem... Oh, schat. Zu einem Dude. Oh, schat. Ich bin tot. Ah, scheiße. Er hat mich kaum getroffen. Er hat mich kaum getroffen an der Seite. Uh, 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 uh. Renn weg, renn weg. Kommt doch nicht aufstehen, renne. Renn, Theo. Renn um dein Leben. Renn. Na, ähm, Colin hat ja auch, glaube ich, fast vor einer Stunde... Scheiße. Was los? Ich brauche mal ein Kabel. 30 Sekunden ist mein Handy aus. Ja, aber schnell. Oh, danke. Du darfst ja fast. Ja, ähm. Mein Cousin hat ja halt auch... Ach, warum wurde ich jetzt getroffen? Also Colin hat ja halt, ich glaube, vor 2 Stunden oder so, hat er sein erstes Video hochgeladen. Er, ihr habt halt alle so krass Kommentare gegeben. Junge, bei mir? Junge, ihr gebt gefühlt nichts nach jedem Video. Alter, ihr seid... Ich würde jetzt nicht sagen scheiße, aber... Ich könnte auch schon manchmal einen Kommentar geben. Es war jetzt nicht böse gemeint, aber ihr müsst nicht... Ich könnte ja, wie gesagt, auch bei meinem kleinen Cousin nachschauen, ne? Also, er macht doch wirklich ein paar gute Shorts, so, ne? Manche sind halt auch so ein bisschen lustig gewesen. Ey, da wird davon so ein Dino angegriffen. Können wir dich gerne mal vorbeischauen. Wie heißt du? Äh, klar, nee. Pro Play-Hg-Creeper mit C. Ah! Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen und du stirbst fast. Die und ich sterben. Es tut mir leid. Hab nicht gedeckt. Guck mal, guck mal, guck mal. Guck mal, guck mal, wie er wegrennt. Du nimmst das 8 Minuten auf, ich nehm... Ja, 7 Minuten. Ich mach gleich noch eine Runde, weil ich dann auch gleich das Video beenden. Dann werde ich ein bisschen nach YouTube schauen und dann mal gucken. Leute, ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, wenn ich das Video hochgeladen hab. Könnt ihr halt mal in die Kommentare schreiben, was ihr euch so zu Weihnachten wünscht. Würde mich echt mal interessieren. Äh, ja. Ansonsten, ich bin ein richtig scheiß Brawl Stars-Spieler. Ja, ich weiß nicht, warum ich in letzter Zeit so... Ah, ich hab mich teleportiert. Ich weiß nicht, warum ich in letzter Zeit halt so schlecht... Ah, warum geh ich in die Wolken? Naja, vielleicht hat es halt auch damit zu tun, dass meine Oma halt gestern auch gestorben ist. Ja, Leute. Ja. Ich konnte die Nacht halt gar nicht schlafen. Ich bin dauernd aufgewacht und hab halt immer nur geschwitzt. Das war so scheiße. Oh, geil, ich kann links abholen. Okay, Leute, hier habt ihr nochmal meine Spiel-ID, ne? Könnt ihr nochmal sehen. Könnt mich gerne adden und dann können wir auch mal zusammen spielen, wenn ihr wollt. Und, ähm, hier werde ich jetzt nochmal, wenn das geht, werde ich es jetzt beenden, das Video. Und wir werden uns bald wiedersehen und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns und bis dann. Ciao. Leute, hier ist auch noch meine ID. Könnt ihr auch rein. Warum hast du gerade noch reingesprochen beim Ende? Kann ich auch weg machen, alles gut. Okay, Leute, wir sehen uns. Ciao. Tschüss. Wie der einfach noch rein spricht. Ich kick dich jetzt raus. Oh, hab, oder? Ich weiß. Äh, ich würde sagen, ich spiele es einfach meine Runde Among Us, ne? Amo Goose. Scheiße, jetzt habe ich auch noch mal beendet. Anni, doch nicht. Willst du mit Among Us spielen? Echt? Ja, willst du mitspielen? Ja, warte, gleich. Okay, du kannst schnell das Video machen, kannst du schon eine Runde so allein spielen. Kon-t-o-nee-ee-ee-ee- shoe-scra-bell. Oh mein Gott. Halt mal bitte kurz dein Maul. Hey Leute, was geht ab und willkommen zu einem, zu meinem... Zu einen... Zu einem, zu meinem... Und ja dann fangen wir mal auf andere. Ja, äh... Habe ich mir das gesagt, wo ich das weiter mache? Das war irgendwo auf der anderen Seite. Was ist denn hier, Digga? Null? Äh, war ich noch nicht? Meine Fresse! Dann werde ich jetzt mal kurz ein paar Screenshots davon machen. Mal gucken, ob ich die da irgendwie reinkriege, die Scheiße. Ola! Ola! Ich hab 5 Abonnenten, Alter! Sehr schön! Und 8 und 6, äh, 9 und 86 Aufrufe. Ja, sonst eigentlich nix. Hä? Äh, Leute, ich bin hier übrigens so ein Kackhaufen mit, wo draufsteht, dumm, mit Scheiß aufm Kopf. Wir sind nur zwei Spieler, Digga. Ich bin 10 Jahre alt, wohne auch in Brandenburg. Äh, mein Kanal heißt... Mein Kanal heißt... Mein Kanal heißt... Keine Ahnung. Keine Ahnung, ich bin in Lust. Mein Kanal heißt... Keine Ahnung. Guck mal, wie es so aussieht, wenn ich ein Pöppel aufm Kopf habe. Sieht leicht anders aus, als man sich... Ich erinnere gar nicht weiter. Oh, Ninja-Band! Kochhut. Wie sehe ich diese Scheiße... Lol. Alter, geile Kipp! Hahaha, so geil, immer wieder diese Kids auf YouTube. Kleine Tipps, such mein erstes Video und letzte Stunde, das ist so funny. Warte. Warte. Äh, ne, mein... Kette? Nee. Es würde zu mir passen, Doktor Dumm. Nee. Ja, Doktor... Kackdumm. Doktor Wichser. Hehe. Digga, den will man auch aufhören. Achso! Sorry! Das müssen wir rauspiepen, Theo. Ich hab's dir gezeigt, das müssen wir rauspiepen. Rauspiepen! Mann, wie kann ich hier in die Gruppe verlassen? Zeug zum Beispiel... Nein, bist du... Bist du irgendwie geil? Bist du irgendwie geil? Bist du irgendwie geil? Weiß ich nicht. Ob ich geil bin? Ist das hier? Jaaaa... Ich fand's ein bisschen Smash. Ich fand's ja... Smash. 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 Ja, es sieht grad so aus, es wär... in der Lobby... ... geht nicht. Leck mich am Arsch! Ich... Hey, du nimmst auf, du Vogel! Ähm... Mir noch egal... Oh! Kann ich hier rein? Ja! Jetzt drück auf Stopp, Mann! Hier. Ich hab' gesagt, hier. Jaaaa... Hier ein paar Kommentare nehm' ich von euch. Die Runde geht los! Jetzt sehen wir ein Imposterwirt. Imposter? Schlimmposter. Pssst! Mal sehen wir... Ja, Digga! Pssst! Mann! Mein Verräterkacke! Kann ich nicht mal der Mörder sein? Moin Jungen! Verpiss dich! Bleib hier am Buzzer! Bleib hier am Buzzer! Mo... Ich hab' schon ne Vermutung, wer es sein könnte! Oh! Oh! Strom ist ja aus! Kacke! Es muss hier nochmal unterlaufen! Hm... Weißt du die richtige Richtung? Ja... Entschuldigung, guck mal! Entschuldigung, ne? Und wenn ich das kann, wenn ich jetzt nämlich hier's nochmal ein paar Kommentare von euch ein, die mir nämlich geschickt hab' und ähm... Ich hab's geschafft! Jo... Eigentlich, ähm... Ich hab' ein paar fucking Kommentare reingeschickt! Guck mal, Theo! Ich hier jetzt nochmal ein paar Kommentare... Guck mal, Theo! Guck mal, Theo! Ich hab' einfach geschafft, hier ein paar Dinger einzusetzen! Lol, wie? Weißt du, wie ich's ganz... Guck mal, du gehst hier, du... Du machst ein Video, ne? Dann beendest du das, dann gehst du auf CapCap und dann gehst... Also erstmal musst du dir dann die, ähm... Kommentare erstmal screenshotten und natürlich in die richtige Reihenfolge setzen. Boah! Ich hab's gewusst, das ist aber nicht was! Oh, Alter! Oh, wie ist das denn, der ist grad? Ma Alternative gitu! Oh, mein Hose ist nass. goat boysnacken achtßen Ja Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Bis denn Tschüssüss!